Hallo Deutschland! Hier ist zurzeit Lovebug Saison. In ganz Florida fliegen momentan zu hunderten, tausenden kleine, ich weiß nicht wie die heißen auf deutsch, hier nennen die sich Lovebugs durch die Gegend und wie sage ich jetzt am besten, ohne dass es jugendgefährdend wird, die fliegen durch die Gegend und pimpern, wie die Blöden. Ihr seht, die fliegen um mich herum, die sind überall und die sind harmlos, stechen nicht, machen nicht, beißen nicht, aber sind halt einfach nervig wie beim Autofahren relativ entspannt, weil, da schaut das Ganze dann so aus. Auto 1, Lovebug 0. Das Ganze geht jetzt noch ungefähr eineinhalb, zwei Wochen spätestens und dann haben wir das auch hinter uns. Was dann aus den Dingen wird, oder ob die einfach sterben und Eier legen und nächstes Jahr wieder ausschlüpfen, oder was dann passiert, weiß ich gar nicht. Ich google es mal und sage Bescheid, wenn ich es herausgefunden habe. Bis dann, tschüss!